Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bin in diesen Tagen auf der Suche nach guten Nachrichten und finde sie. An Covid-19 erkrankte Patientinnen und Patienten aus Spanien, Italien oder Frankreich werden nach Deutschland und andere Länder verlegt. Schülerinnen und Schüler engagieren sich in der Nachbarschaftshilfe und das Menschenrechtszentrum Cottbus ruft zum Nähen von Atemmasken für das CTK auf. Kirchengemeinden finden ganz neue Wege, um mit ihren Gemeindegliedern in Zeiten von Kontaktsperre dennoch Kontakt halten zu können. Solidarität tut gut in diesen Tagen. Ich denke zurück, damals vor rund 2000 Jahren. Jesus zieht in Jerusalem ein. Leidenschaftlich wurde er begrüßt. Her kommt er, der Retter Israels, der neue König. Sein Ruf war ihm vorausgeeilt. Hatte er nicht Kranke geeilt? Hatte er nicht mitreißend und überzeugend gepredigt? Das größte Wunder lag erst wenige Tage zurück. Einen Toten hatte er wieder auferweckt. Kein Wunder also, dass die Menschen zusammenströmten, um ihm gemeinsam einen würdigen Empfang zu machen. Ein neuartiges und ansteckendes Virus breitet sich mit rasender Geschwindigkeit aus. Bilder aus überfüllten Krankenhäusern sind in unseren Wohnzimmern präsent. Menschen schützen sich und werden geschützt. Kontaktsperre, Kundenbeschränkungen in den offenen Supermarkten. Wo bist du, Gott? Was tust du, Gott? Nicht wenige werden sich diese Frage vermutlich gerade gequält stellen. In Jerusalem feiert Jesus Passam. Er bricht das Brot und segnet den Wein. Nach dem Passamal zieht er sich zurück. Voller Grauen vor dem, was ihn erwartet, sucht er das Gespräch mit Gott. Vater, ich kann es nicht. Ich kann diesen Kelch nicht trinken. Deine Pläne für mich sind zu hart. Lass den Kelch an mir frübergehen. Und Gott? Gott schweigt. Und Jesus? Er wird seinen Weg gehen müssen. Und am nächsten Abend hängt Jesus vor den Toren Jerusalems am Kreuz. Gefoltert, geschlagen, verspottet, verlassen. Unermesslichem Schmerz, unermesslichem Leid, tiefer Verzweiflung ist Jesus hilflos ausgeliefert. Er ist am Ende. Er kann nur noch schreien, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wer ist dieser Mensch dort am Kreuz? Ein Hauptmann, der die Hinrichtung beibe und wird später sagen, wahrlich, dieser Mann ist Gottes Sohn gewesen. Und weitere 350 Jahre später versuchen Menschen diese Frage mit den Worten zu beantworten, Jesus sei wahrer Mensch und wahrer Gott gewesen. Aber wenn er wahrer Gott war, dann bedeutet das nichts anderes, als dass Gott selbst am Kreuz hängt. Gott selbst leidet zutiefst. Gott selbst ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott selbst also begibt sich in die Gottverlassenheit. Klingt paradox. Für Christinnen und Christen aber ist es entscheidend. Seit damals Karfreitag am Kreuz gibt es ihn nicht mehr, den Gott verlassenen Ort. Gott selbst hat sich auch in den tiefsten, tiefen menschlichen Leids hineinbegeben. Damit ist klar, es kann keine Situation geben, es kann keine Zeit und keinen Ort geben, an dem wir von Gott verlassen sind. Kein Leid, kein Schmerz, kein Tod kann uns Menschen seitdem mehr trennen von der Gegenwart Gottes. Das Leid ist damit nicht aus der Welt. Und auch uns wird manches Leid nicht erspart bleiben. Das Kreuz aber mag uns daran erinnern, dass wir gegebenenfalls auch blind darauf vertrauen dürfen, dass wir auch dann nicht verlassen sind, wenn wir uns verlassen fühlen. Wir dürfen auf Gott Vertrauen, der uns verspricht, siehe, ich bin bei dir alle Tage bis an das Ende der Welt. Und wenn Sie wissen möchten, wie die Geschichte Jesu weitergeht, dann schalten Sie am Ostersonntag um 10 Uhr Lausitz TV ein.